Hallo, ich bin Giuseppe Buoccio, ich bin 29 Jahre alt und komme aus Mannheim. Es ist meine zweite Saison jetzt hier bei der Wormazia Worms. Meine Stärken sind definitiv Dribbling. Ich höre öfters, dass ich ein ekeliger Spieler bin. Schwächen, ich glaube, ich laufe nicht gerne. Das ist wahrscheinlich meine Schwäche. Ich laufe auch nicht gerne nach hinten. Mein Vater. Mein Vater hat in jungen Jahren schon sehr oft mit mir trainiert. Ja, ich habe seit zwei Jahren ein Unternehmen. Ich produziere und verkaufe Kaffeekapseln. Loyal, ehrlich und hilfsbereit. Ich versuche sehr viel Zeit mit meiner Familie und mit Freunden zu verbringen. Am besten sitze ich irgendwo in der Sonne, wenn es passt, ein Glas Wein. Das ist so meins. Handy wegschmeißen. Und wahrscheinlich irgendwo ein Plätzchen an der Sonne, am Strand, ein paar Tage Urlaub machen. Und Sachen, die man so in der Freizeit nicht machen kann, wenn man so viel zu tun hat. Ich habe mir vorgenommen, mehr Tore zu schießen. Ich habe letzte Saison vier schießen können. Das ist auf jeden Fall mein persönliches Ziel. Und ich will auf jeden Fall mehr, ich will den Klassenerhalt früher packen. Obwohl ich jetzt davor die zweite Runde erreichen will. Aber das ist auch ein Ziel von mir, dass ich einfach sage, dass wir die Saison gegen Ende ruhiger angehen können. Ein Weinschorleglas. Auf jeden Fall, dass wir enger zusammenarbeiten und enger zusammenstehen in dieser Saison. Wir werden bestimmt auch wieder eine schwierige Phase erwischen. Und gerade in dieser Phase müssen wir enger zusammenstehen. Alles klar, sind wir durch. Alles gut. Bis zum nächsten Mal. frei bekommen. Das ist die Frage. Einer auf dem Platz. Ja. Okay. Aber rings.